alle leute und das sind wir auch wieder zu einem neuen Partie grüßt und vorhin also vor grad paar Minuten war der Serverdarm deswegen ich gedacht ich kann doch keine Art aufnehmen ich sieht wollte der Server wieder nachdem mindestens zehnmal neu laden aber dann fahren schon mal wo auch gleich schon und er rennt 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 und aus da war man wohl hier heute crazy Rollschuhmann ja ups 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 ah die Beine ups auch egal nirgwann ein anderes Level ist es mit brutalem mal meine will ich nicht gehen wir noch am Arsch vorbei nein mal gucken was wir noch finden extrem Poopoo Jump ist eh wieder so untertrieben äh übertrieben dass er extrem Poopoo Jump ist ja genau jetzt kommt wieder das da ja am Arsch am Arsch am Arsch genau bisschen übertrieben okay ja gull gull ja und für wir Am Arsch. Was ist das? Mein Koffie. Ja, genau. Leisure. Steak room. Oh scheiße. Lolololololol. Fuck yeah. Ja, genau. Geiles Level. Boah, das war jetzt voll Einbruch. Sie hat eh sein eigenes Level abgestimmt. Oh, happy irgendwas. Oh, was. Oh, was gut ist. New. New. Yeah, motherfucker. Oh, fuck off. Das ist auch schon jetzt voll ein Problem. Oh, einfach egal. Das machen wir noch zwei Versuche und dann. Na, jetzt der letzte Versuch. Und jetzt im Schnelldurchlauf. Ja, hier, 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 hier. Oh. Ja, ich lege noch, ich lege noch. Hallo, ich lege noch. Ja, ich lege noch. Ja, ich lege noch. Komm schon. Komm schon, ja. Komm schon. Ja. 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 Oh, ich blute. Blute. Ja. Okay. Komm schon. Geht doch. Bitte. Geht doch. Ah ja. Ja. Mann ey. Was können wir denn noch gucken? Thailand in Europa blablabla. Ach das kennen wir schon. Ups, Ups, Stop it. Ich kann ja noch was anderes zu entschauen. Ja, dann auch was anderes zu entschauen. Mhm. Da wird einfach nur jemand nix. Ja, was anderes zu entschauen. Ähm. Hard video. Ja, genau. Da kommt. Ich kann nur da hin. Ups. Ja, die Mama kommt nur zum Medium irgendwie. Und ich fall runter. Ja. Ja, fuck. Komm schon. Ah. Komm schon, irgendwie muss das ja. Geht doch. Ja. Guck mal, der wackelt. Wackelt. Ja. 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 Das war ganz gut. Ähm. Was kann man noch gucken? Was ist das noch für ein Scheiß gehabt? Ja. Genau. Genau. So sollte man nicht fehlen wie ich, aber... ja. 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 der schneller ist, glaube ich. Ups. Ja, genau. So sollte man auch nicht machen. So sollte man auch nicht machen. Ja. Und so auch nicht. So. Letzter noch. Und. Ja. So. Das war jetzt im Fall nochmal. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Jetzt klicke ich auf den Kopf weiter. Yeah. So sollte. So sollte. So. So. Ja. Ich hab, ich hab überlebt. Ne hab nicht. Ähm. Das können wir auch nochmal spielen. Also. Weißen Mensch. Und. Interessant. Genau. Das bleibt so. Ja. Amarsch. 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 Ja genau. Das wollte ich für mich machen. Elite. Kann man doch rumetted hoch? Nein kommt nicht. Oh. Aktuell. Hä? Wow genau. Genau. Nice. Wow, das ist ein Pro. Schleuer ging jetzt auch so lange. Ja. Ist aber auch was. Das habe ich gemacht. Das ist auch was ... Zombiakookakabla-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Zungenbrechen. Yay. Stachelbauer vereint. Dunn, dunn, dunn. Das, das, das. Das ... Der Weihnachtsmann hängt noch an den Staffeln. Na, Weihnachtsmann, gefällt dir das? Oh, scheiße. Ach, scheiß drauf. Das Level ist eh kacke. Oha. Glassbreak for Pro Level 1. Ouch. Ouch. Oh, der Nacken ist ganz verspannt hier. So, geht doch. Interessant, was bin ich jetzt? Ein Epic Awesome Pro oder was? Boss. Ach, kacke. Was geht jetzt? Genau. Das war jetzt auch so schwer. Ja. Hm, was gibt's denn da für ein Schrott? Oh, das ist der Akrimstraum. Das ist eh so. Was ist das für ein Schrott? Äh, ja. Interessant. Äh, ja. Interessant. Komm mal gar nicht durch. Das bin ich nicht in Ordnung. Und mega Epic Jump. Und jetzt... Scheiße. Das ist Willy Junge. Ja, ich hab gewonnen. Ich bin so ein Pro. in der Anglistenz. Oh. An angry city. Ops. Ja, fuck. Ja. Wurst in meinem Kopf hin. Es geht? Ja, genau. Noch einmal. Kommen das... ...dass... ...dass... schaffen wir jetzt kobe mecktes gut gut englisch ich glaube wir wollen auch runterfahren wir wollen auch runterfahren und 3 3 Muskeltraining ist immer gut und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 10 möchte ich von dir sehen nur 3 er ist kein bock mehr jetzt suchen wir noch was Rundfaktor Gouro und sich ich habe und das ist ein bisschen ich glaube ich weiß ich das so die Träume ja genau das habe ich gemeint nach mir irgendwie nicht aber so und das war es noch schon wieder zu am sechsten Part wenn ich mich nicht höre bis zum nächsten Mal